Welcome up Germany, ein Projekt der gemeinnützigen IT hilft GGMBH. Essen und Trinken in Deutschland Die traditionelle deutsche Küche ist sehr vielfältig und geprägt durch die jeweiligen Besonderheiten der Regionen. Für die deftigen Gerichte, die gute Brotauswahl und die Bierbrautradition ist Deutschland in der ganzen Welt bekannt. Durch die Vielzahl der Kulturen, die Deutschland mittlerweile beherbergt, ist die moderne Küche aber auch sehr international, besonders in großen Städten. Morgens gibt es traditionell ein Frühstück mit Brot und Käse, Wurst oder Marmelade. Viele Menschen essen morgens auch Müsli oder Obst. Mittags essen die meisten Deutschen im Büro oder in der Schule entweder eine warme Mahlzeit oder etwas kleine, wie einen Salat oder eine Suppe. Am Abend essen die meisten etwas aufwendigere Mahlzeiten, wie Fleisch und Gemüse, gemeinsam mit der Familie oder Freunden. Auch an Feiertagen und zu Festen wird in Deutschland oft gemeinsam gegessen, meist auch sehr aufwendige Gerichte. Über den Tag verteilt ist es üblich entweder warme Getränke, wie Tee oder Kaffee zu trinken oder kalte Getränke, wie Wasser oder Limonade. Zwar wird zum Mittag- und Abendessen häufig Wein oder Bier serviert, dieser sollte aber nur in kleinen Mengen konsumiert werden. Eine Besonderheit in Deutschland ist die hohe Trinkwasserqualität. Aus diesem Grund können Sie ohne Bedenken Wasser aus dem Wasserhahn trinken. Deutsche Supermärkte bieten meistens sehr viel Auswahl. Preise stehen immer an den Artikeln. Auf der Verpackung der Lebensmittel stehen immer die Inhaltsstoffe. Sie sollten besonders auf die Inhaltsstoffe achten, wenn Sie an Allergien leiden oder bestimmte Nahrungsmittel nicht essen möchten oder dürfen. In Restaurants finden Sie die Inhaltsstoffe in der Speisekarte oder fragen Sie die Bedienung. Meist gibt es auch Speisekarten in anderen Sprachen. Zum Essen wünscht man sich untereinander guten Appetit. Nach dem Essen äußert man sich, wenn es geschmeckt hat, zum Beispiel mit Das war lecker.